Hier kommt der Held unserer bunten Dschungelwelt Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann Doch am besten schaut ihr euch das selber an Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da Freunde wie die Schlange K. und wie Balou der Bär Bösewicht Schirka, der jagt vergeblich hinterher Mogi, unser Held in der bunten Dschungelwelt Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein Auf der Abenteuerjagd, ja wer Abenteuer mag Ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch Denn Abenteuer gibt es hier genug Und jetzt kommt es hier noch ein, selber mit dabei zu sein Der Haar ist das erste Grundholen Der Haar ist das erste Grundholen Dschungelchen Und jetzt kommt es hier noch ein, selber mit dabei zu sein Bösewichtschлаг Ede Hey, Mowgli, ich finde es zwar toll, dass du mit ihnen rumtobst, aber treib es bitte nicht zu arg. Ach, du hast überhaupt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Kinder, wir gehen jetzt trainieren. Wo ist Sura? Sura bereitet mit den anderen eine Treibjagd vor. Ja, als ob es nichts Besseres gäbe. Du spinnst wohl, du weißt doch, wie wichtig die Jägerei für uns alle ist. Das weiß ich doch, aber trotzdem. Los, kommt. Achtung und los geht's. Alala, was soll das, was machst du da? So, und jetzt kommt wieder Ruhe. Hilfe, ich kann doch nicht. Hilfe, Hilfe. Nur nicht aufgeben, ihr schafft das schon. Na seht ihr, es geht doch. Fantastisch, Jungs. Aaaaah. Hilfe, Hilfe. Hey, was soll das denn? Misch dich da nicht ein. Hilfe, 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 Hilfe. Und wozu soll das Ganze gut sein? Misch dich nicht ein. Vergiss es, außerdem sind es doch gar nicht deine Kinder, oder? Äh, nichts für ungut, Lala. Ich wollte dir wirklich nicht zu nahe treten. Los, schneller. Gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Hey, willst du mich auf den Arm nehmen? Ah, ah, ah. Ah. Aua, ah, ah. Hey, was soll denn das wohl werden, wenn's fertig ist, hm? Äh, entschuldige, Bagheera. Ich wollte nur den beknackten blauen Vogel wegscheuchen. Schon gut, Mogli. Ohne diese Zwischenfälle könnte man solche Idylle kaum mehr tragen. Sieh doch nur, wie friedlich der Dschungel sein kann. Einfach perfekt. Schau dich doch mal um. Der Bachplätscher hat der Himmel strahlblau alles wie gemalt. Übrigens, fast hätte ich was Wichtiges vergessen. Äh, wieso was denn, Bagheera? Es geht um K. Gibt's irgendwelche Probleme? Ja, K. hat sich gerade mal wieder gehäutet. Ach so, wenn's weiter nichts ist. Hör mal, nicht bloß irgendeine Häutung, sondern seine exakt 150. Ein kleines Jubiläum. So eine Art Geburtstag? Ganz genau. Ich hoffe, du versäumst nicht, ihm an seinem Ehrentag zu gratulieren. Andernfalls wird er wohl ziemlich beleidigt sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, so beleidigt, dass er für den Rest seines Lebens kein Wörtchen mehr mit dir wechseln wird. Denk doch mal an die Zeit zurück, wo du noch ein Baby warst. Wer war denn in dieser Zeit immer für dich da, wenn's brenzlig wurde? Erinnere dich doch nur mal an den Kampf mit Shir Khan. Oder an die Sache mit den Schakalen. Da hast du recht. Aber natürlich habe ich recht, denn ohne K.s Hilfe wäre vermutlich keiner von uns mehr am Leben. Also, wie sieht es aus mit dir? Willst du immer noch nicht gratulieren? Ja, ja, schon kapiert. Hör mal zu, Mogli. Wenn du K. begrüßt, fang am besten so an. Grüß dich, K. Du siehst geradezu umwerfend aus. Du glitzerst ja fast. Wieso denn glitzern? Ich hab K. immer mehr für einen blasseren Typ gehalten. Ganz egal, sag es einfach. Weißt du, Schlangen sind immer ein bisschen durch den Wind, wenn sie sich neu gehäutet haben. Denn am Anfang sind sie immer unsicher, ob die neue Haut auch schön ist oder nicht. Ach so ist das. Ist ja irgendwie zu und zu komisch. 150 Häutigen und weit und breit kein Spiegel im Dschungel. Verknallst dir bloß das Lachen, wenn wir da sind. Werd mir Mühe geben. Aber ob's klappt, weiß ich nicht. Grüß dich, K. Du siehst ja geradezu umwerfend aus. Du glitzerst ja fast. Sag mal, findest du das wirklich, Mogli? Ja, und erst diese Farbe geradezu blenden. Ton in Ton von den Augen bis zur Schwanzspitze. Herrlich. Das geht runter wie Butter. Das ist nämlich inzwischen meine 200. Häutung. Was? Ich dachte, es wäre erst die 150. Aber nein, wie kommst du denn darauf? Glatter Unfug, glaub mir. Es ist ganz sicher die 200. In solchen Dingen habe ich mich noch nie geirrt. Ganz sicher? Ich dachte, es wäre die 150. Ach, weißt du, ich habe mich ganz einfach wohl ein bisschen verkalkuliert. Eine Häutung dauert immerhin drei Tage. Da kommt man schon mal ins Schleudern. Oh je. Nun, ist ja auch nicht so wichtig. Wie wäre es mit einem kleinen Ringkampf, Mogli? Sieht so aus, als ob du aufgewärmt bist. Komm, Mogli. Frühsport hat noch nie einem geschadet. Gut. Los, trau dich. Sieg nach Punkten. Karl ist der Gewinner. Ich frage mich ja nur, wo du bloß so viel Kraft hast und das nach 200 Häutung. Weißt du, das kapier ich einfach nicht. Ist mir echt ein Rätsel. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich kann gar nicht weiter als bis 10 zählen. Was? Hey, K, hast du eben dasselbe wie ich gehört? Mogli hat sein Lachen wiedergefunden. Ich bin mir sicher, das ist auch im Sinn von Akela. Der würde sich sonst im Grab umdrehen. Das glaube ich auch. Akela ist zwar gestorben, aber er lebt doch in seinen Kindern weiter. Und inzwischen nicht nur in seinen Kindern, sondern auch in seinen Urenkeln. Das ist bei den Wölfen genauso wie bei den Menschen. Weißt du, alle suchen sich ein Zuhause. Dann verheiraten sie sich und kriegen einen Stall voll Kinder. Menschen wie Wölfe leben ein langes Leben und irgendwann eines Tages sterben sie dann. Aber eigentlich nicht wirklich, denn sie leben ja in ihren Nachkommen weiter. Kannst du mir ruhig glauben? Ebenso, dass ich mich schon 200 Mal gehäutet hab. Jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Ich glaube dir, K. Danke, mir fällt doch da gerade noch was ein. Ich werde dir ein Geheimnis einvertrauen, das bislang noch keiner kennt. Zur Feier meiner 200. Häutung. Was denn? Nun, hast du schon mal etwas vom geheimnisvollen Tanz der Elefanten gehört? Was? Meinst du, Hardy geht zur Tanzstunde? Nein, nein, gänzlich falsch. Es ist so, dass sich Elefanten aus verschiedenen Gegenden treffen und gemeinsam tanzen. Super. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass da aber ganz gehörig die Bäume wackeln. Hast du das auch schon mal gesehen? Nein, das war mir schon klar, denn der Einzige, der das gesehen hat, bin höchstpersönlich ich selbst. Dieser Tanz findet an einem geheimen Ort statt, den nur die Elefanten kennen. Bloß, wenn du ausgesprochen Glück hast, kannst du bei diesem seltenen Spektakel zuschauen. Und du warst echt dabei? Allerdings, sonst hätte ich wohl sicher nicht 200 Häutungen geschafft. Denn wer dabei zuschaut, erreicht ein hohes Alter und alle Wünsche gehen in Erfüllung. Zumindest erzählt man sich das so und ich finde, bei mir hat es hervorragend geklappt. Was hältst du davon, wenn ich dir den Ort mal zeige? Ich glaube, es ist bald wieder so weit. Oh ja, zeig ihn mir! Hm? Naja. Also schön. Zuerst einmal musst du zu Colonel Hardy gehen und ihm eine Staude Bananen bringen. Und dann sagst du ihm, dass ich dich geschickt hätte und er möchte dich mitnehmen. Wieso mitnehmen? Ja, zu diesem wahnsinnig geheimen Ort, den nur die Elefanten kennen. Außer mir natürlich. Kollerhecht und 200 Mal gehäutet hast du dich. Wahnsinn. Also das finde ich jetzt aber total unfair von dir. Ich habe doch bloß erwähnt, dass ich... Ach, lass mal gut sein. נחst es? Wirklichne Kopf Ach, lass mal gut sein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, oh Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind so viele! Jedenfalls muss das hier das Tanzpaket sein. Oi, 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 oi! Fancy! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Klar, mache ich. Ach, ich habe übrigens noch ein kleines Geschenk für dich. Schau mal da an meinem Hinterbein nach. Kannst du es sehen, Mogli? Klar, da ist irgendwas rumgewittelt. Binde es ruhig los, das ist nämlich für dich. Danke. Was ist denn das? Ui, ist ja ziemlich staubig geworden. Wasch es im Fluss und du wirst sehen. Oh, ist das so ein Meschur? Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die Menschen in die große Stadt brachte. Das Mädchen, das ich auf meinem Rücken getragen habe, band mir das Tuch um das Bein. Du weißt, was das bedeutet? Sie ist ein sehr kluges Mädchen. Das stimmt. Und liebst du außerdem, Hati? Ja, ja. Erinnere dich dran, was Akela zu dir gesagt hat. Bis dann, Mogli. Bis dann, Mogli. Bis dann, Mogli. Aber trotzdem, wenn du schon der Ansicht bist, dass es diesen Shere Khan wirklich gibt, dann wirst du das auch beweisen können. Bring ihn her. Mogli, nein, nicht. Also schön, ich bring ihn dir. Was? Denn dann werden alle wissen, dass ich kein Lügner bin. Was ist denn eigentlich mit der Belohnung? Ach, was soll schon sein? Du kriegst sie, aber nur, wenn du uns den Tiger herbringst. Und ich rate dir, ihn zu bringen. Sonst reiße ich dir für deine Lügen die Zunge heraus. Das ist ein Versprechen. Verschwinde endlich, oder ich werde dir Beine machen. Oh, nicht schießen! Nimm sofort das Gewehr weg! Hau ab, Mensch, du Akela! Schön, dann erwischt es euch eben beide! Komm, du schaffst das schon, Mogli. Mache ich es so richtig? Los, beiß die Zähne zusammen, Mogli. Du hast es gleich geschafft. Du blutest ja. Ist dir was passiert? Ist alles nur halb so schlimm. Tschau und bis bald. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Ganz bestimmt. Hm? 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 Ich befürchte fast, dass wir heute sind. Wir werden heute auch wieder vergeblich auf Mowgli warten. Wahrscheinlich. Das ist nun schon der dritte Tag. Ganz falsch. Es ist nämlich erst der dritte Tag. Aber Meshua, sieh es doch ein. Wir können hier doch nicht noch länger herumsitzen und auf Mowgli warten. Wir haben deinen Vater anständig beerdigt. Nun müssen wir zurück, denn wir haben nichts mehr zu essen. Mach dir keine Sorgen, Mama. Wir werden schon irgendwie satt werden von den Fischen, die uns Großvater angelt. Ganz bestimmt. Ja, ja, das kann ja sein, Meshua. Aber denk doch mal an die wilden und gefährlichen Tiere, die hier im Dschungel lauern. Davor habe ich überhaupt keine Angst. Das sind doch alles Mowglis Freunde. Die würden uns niemals etwas zu Leide tun. Wer weiß, wer weiß. Ich habe eine Idee. Wir warten jetzt noch bis morgen früh auf Mowgli und wenn er dann nicht kommt, dann gehen wir zurück. Was meint ihr? Ich will aber auf gar keinen Fall zurück in die Stadt gehen. Und ich weiß genau, dass ihr das auch nicht wollt. Die Menschen dort waren böse und ausgesprochen unfreundlich zu uns. Und nachdem Vater gestorben war, ging das Spießrutenlaufen erst richtig los. Aber Meshua, in der Stadt lebt doch dein Onkel. Und es ist der einzige Ort auf der Welt, wo wir überhaupt Verwandte haben. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht zurück. Ach Meshua, selbst wenn Mowgli uns suchen würde, wie sollte er uns in diesem Riesendschungel denn finden? Mowgli wird ganz bestimmt hierher kommen. Wir haben uns nämlich versprochen, dass wir uns ganz gewiss bald wiedersehen werden. Ach, bitte lass uns doch auf ihn warten. Wenigstens ein bisschen. Nur noch zwei Tage. Gut, Meshua. Da du so fest an ihn glaubst, bleiben wir. Mari? Na schön. Komm, schleunigst hierher, Mowgli. Wir warten alle auf dich. Hier ist Meshua. Mama und Opa Bugi sind auch hier. Ich weiß genau, dass du uns finden wirst, Mowgli. Meshua, wo bist du nur geblieben? Das war euer Held in der bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher, kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K. Und wie Balou der Bär. Böse wie ich Tschirka, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Böse wie bei uns im Dschungelbuch.